Wir sind in Woche 3. Wir sind angekommen auf dem Punkt X. Und jetzt kommen so vier Takte, bei denen du eigentlich einfach nur stehst und kommst. Und zwar einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nach oben und wieder nach vorne. 1, 2, 3, 4. Und dann geht's wieder bei der 1, 6. Jetzt haben wir vier Marschirer, also 1, 2, 3, 4. Und unsere Arme machen 1, 2, 3, 4. So als wenn du hier so Luftzufächers. Ja, schön abknicken. Das darf wohl ein bisschen übertrieben aussehen. Also 1, 2, 3, 4. Wieder zu leichter in den Knie. Und wenn du den Kopf hochst, dann wirkt es nochmal ein bisschen cooler. Also wir haben gucken, 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 gucken. 1, 2, 3, 4. Jetzt geht weiter mit der Niederlösung rechts. Aber jetzt kommt unsere Arme über den Kopf. Und die Hände klicken nach links. Und die Hände klicken nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann hüpfen wir. Ziehen die Hände zu Fuß. Ziehen. Und hüpfen sie die Hände runter. Okay, ich zeige es dir noch einmal. Flett. Wir haben gucken, 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 gucken. Fächer, 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 Fächer. Und oben, 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 oben. Okay, einmal noch eben schnell. Und dann tun wir sie. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4. Okay, tun wir sie. Musik.